Hallo und herzlich Willkommen zur sechzehnten Folge von Project Unstable 4. Ja, wir kommen wieder mal wie immer nicht aus dem Haus. Ich gehe das Bild noch einmal ganz kurz frische Luft schnappen, bevor wir dann weitermachen mit dem... So, okay. Baumform läuft noch, wunderbar. Ich finde es immer noch so toll mit diesem... dieser Unbreakable Paper Lumbar X. So, gut. Haben wir frische Luft geschnappt, dann auf zu neuen Ufern. Und zwar, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe nämlich einen... Wer hat die Karotte reingelegt? Ich habe einen Haufen Blank Slates gemacht, dass wir ein bisschen durchstarten können heute. Und zwar werden wir heute unseren Altar mal upgraden. So, und ich muss jetzt gerade rechnen. Okay, wir rechnen nicht, wir zählen einfach durch. So, und zwar habe ich was vorbereitet. Achso, falls es jemand noch nicht wusste, Travel Anchor funktionieren im Endeffekt so ein bisschen wie auch, also man kann es zum einen angucken, zum anderen kann man sie aber auch wie Elevator nutzen, wie damals von Open Blocks. Springen und Schiff. Funktionieren nur, wenn sie direkt übereinander stehen. Aber damit kann man relativ leicht sich so praktisch Elevator-Plug bauen, falls jemand das noch nicht wusste. So, aber wahrscheinlich wussten das schon wieder alle. So, und zwar machen wir jetzt erstmal... Falsch. Ich will auch nicht die nehmen. Erstmal die. Dauernd noch... Ich muss nochmal Redstone draufhauen, das gefällt mir noch nicht ganz. Auf der Spitzhack hier. So. Es hat mittlerweile schon Lack 2. Ich bin glücklich. So. Okay, dann bauen wir jetzt hier einmal rum. Wunderbar. Und wir... Hier. So. Und wenn wir jetzt schauen, mit unserem Division-Sischl... Wir haben einen Tier 2-Blatt-Alter. Das ist schon mal wunderbar. Und jetzt zähle ich nochmal ganz kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir brauchen 20. Okay. Dann machen wir das nämlich hier eben nochmal 20-Blatt-Run. Und gehen gleich auf Tier 3. So. Ähm. Achso. Noch eine Sache. Äh. Wie füllt man diese... Äh. Tartartic-Gem auf? Äh. Ich hab's rausgefunden. Ich hab extra mal einen Demonic-Vill nochmal behalten. Ich weiß gar nicht, brauchen wir den für irgendwas Spezielles? Äh. Nö. Okay. Ähm. Einen Demonic-Vill, der auf dem Boden liegt. Und ihr habt so ein... Äh. Tartar-Gi... Das brauche ich mal einmal weg. Äh. Inventar. Wenn ihr es einsammelt, geht der Demonic-Vill alles in dieses Ding rein. Dafür ist es im Endeffekt gut. Damit könnt ihr es praktisch dann speichern. Es wird alles, was ihr aufsammelt, geht direkt da rein. Äh. Machen wir erst mal 20 hiervon. Äh. 20. Wunderbar. Ich mach erstmal noch keine, äh, Runes of Sacrifice oder so, weil erstens brauchen alle eine Blank-Rune. Von daher ist es relativ egal, ob wir die nun machen oder nicht jetzt. Also, ja. Und später machen wir dann halt diese Sacrifice-Rune und alles mögliche. Und das hierhin wird unser Blatt-Magic-Raum. Hab ich mir so überlegt. Äh. Ähm. Ja. Das wird halt unser Blatt-Magic-Raum hier. Es ist einfach viel zu groß. So. Und hier das. Ist noch nicht ganz, äh, angeschlossen, weil ich noch nicht ganz zufrieden bin. Das wird dieses, äh, dieser zweite, dieser zweite Layer von Stone, den wir haben werden. Und dann, wenn wir hier noch einen Weg haben, da kommt dann ja eine Treppe irgendwo runter. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich hab ein paar Pläne. So. Und ich hab gerade wieder viel zu viel und viel zu schnell gesprochen. Merke ich gerade. Ja. Ja. Gut. So. Äh. Packen wir erstmal das Ding hier irgendwo hin, den Hellfire. Äh. Hier so. Okay. Das Ding rein. Das Ding rein. Und dann hab ich nämlich was vorbereitet. Und zwar ein Eisenschwert. Warum? Eisenschwert plus, äh, Patty Tartaric-Gem gibt uns jetzt. Äh, ein Sentient Sword. Uses Demon Will to unleash its full potential. Contains Raw Will. Ähm. Sentient, Sentient, Sentient Waffen, Sentient Bow, Sentient Sword und so weiter. Droppen Demonic Will. Wollen wir jetzt mal gucken. Demonic Will. Äh. Äh. Sentient Weapon. Was im Endeffekt dieses Schwert ist. Ich weiß gar nicht, ob. Ähm. Weil hier steht, Uses Demon Will to unleash its full potential. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Naja gut. Wir werden es rausfinden. Jedenfalls sollte ich hoffentlich damit ein bisschen mehr Demon Will sammeln können. Wir werden sehen. Gut. Jetzt aber erstmal weiter zum Upgrade. Äh, vom Altar. Also die erste Stufe war ja relativ einfach. Das ist einfach nur so ein Kreis. Die zweite Stufe, wie ihr hier schon seht, ist ein bisschen komplizierter. Äh. Es geht im Endeffekt einer frei. Einen nach unten. Und danach baut ihr es hier. Äh. Und sorgt dafür, dass die Ecken frei bleiben. Also ihr könnt theoretisch da auch Ruhen reinpacken. Die werden aber ignoriert. Und äh. Helfen im Endeffekt nichts. Außer, dass ihr erfolgreich mehr Zeug verschwendet habt. So. Deshalb machen wir das mal ohne. So. Okay. Äh. Mal vielleicht ein paar Deutsches hin. Damit das hier alles leuchtet ist. So. Und jetzt haben wir immer noch einen Tier 2. Alter. Das liegt daran, weil uns noch ein bisschen was fehlt. Äh. Ich mach's jetzt einfach mal mit Cobblestone. Und zwar. Machen wir da jetzt so. Zwei hohe Säulen. Äh. Weg. Es war doch zwei hoch, ne? Ich hoffe, es war zwei hoch. Es kann auch sein, dass es eins hoch war. Wir werden gleich sehen. So. Und dann holen wir uns mal vier Glowstone-Blöcke. So. Okay. Also wir brauchen unbedingt noch ein bisschen. Erstmal. Bessere Umgebung hier. Das ist irgendwie alles provisorisch. So. Dann setzen wir den mal hier oben drauf. Evo. Evo. Wir haben einen Tier 3, Alter. Das hat im Moment wieder mal am Deck gedauert. Bauen wir hier zu. Dass ich hier nicht immer runterfalle. So. Nein. Das wollte ich nicht. So. Okay. Und wir haben einen Tier 3, Alter. Das ist schon mal wunderschön. So. Damit können wir nämlich jetzt wesentlich besser arbeiten. Und zwar. Mit einem Tier 3, Alter. Könnten wir zum Beispiel. Imbued Slates machen. Und mit Imbued Slates können wir nämlich Runes of Capacity und Displacement Runes machen. Was beides sehr sehr praktisch ist. Capacity ist im Endeffekt Speicherplatz vom Blattaltar. Was glaube ich da mäßig 10 Eimer sind. Also 10.000. Können wir damit erhöhen. Ich glaube prozentual war das. Ich bin mir unsicher ob es prozentual oder feste Menge war. Ist egal. Und Displacement erhöht praktisch die Transferrate. Wie schnell raus und rein kann. Das sind im Endeffekt. Ob man es raus. Wenn man im Moment rauspumpen würde. Würde man 20 Life Points pro Tick. Oder pro Sekunde. Irgend so was. Rausziehen können. Das ist aber sehr wenig. Und mit den Dinger kann man das halt auch hin. So. Gibt noch verschiedene andere Dinge. Buch zum Erfahrungspunkte speichern. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wir können es noch weitermachen. Und wir können halt damit dann auch noch unser Tartaric. Dieser Name macht mich fertig. Unser Tartaric Gem. Aufbessern. Was wir aber eigentlich erst mal nicht brauchen. Gut. Was ich aber gerne machen würde. Und dafür brauche ich nochmal ein Eisenschwert. Ist nämlich uns ein Dagger of Sacrifice schon mal machen. Ähm. Mensch. Stick. Iron. So. Wunderbar. Äh. Achso. Genau. Ich habe ein Metal Foamire gemacht. Und eine. Äh. Ich habe jetzt eine Fluid Solid Canning Machine gemacht. Weil die wesentlich einfacher ist. Ist mir aufgefallen. Ähm. Und damit habe ich Phil Tin Canning Machine gemacht. So. Dann wurde berechtigterweise in den Kommentaren gesagt. Ja. Wir haben doch Spice of Life drauf. Wir wissen, dass dieser Bug existiert. Dass man damit das unendlich essen kann. Und alles mögliche. Ähm. Und das ist doch Schwachsinn. Warum haben wir Spice of Life reingenommen. Wenn ich jetzt eh das machen würde. Äh. Ich werde die Tin Canning's nicht nutzen. Um. Im Endeffekt. Mich davon zu ernähren. Das ist nicht mein Ziel. Äh. Die Tin Canning's. Habe ich im Endeffekt nur aus einem Grund gemacht. Und zwar. Aufgrund von Vanilla Minecraft. Ähm. Denn das was im Endeffekt jetzt ist. Hat nichts mit Spice of Life zu tun. Hat nichts damit zu tun. Und zwar. Wenn ich jetzt hier äh mir Blut abzapfe. Verliere ich Leben. Das Leben regeneriert sich mit der Zeit. So. Es regeneriert sich aber schneller. Wenn das Leben voll ist. Und wir noch eine zusätzliche Sättigung haben. Das werden wir gleich sehen. Wenn ich jetzt das hier mit esse. Diese. Diese gelben Dinger. Warte ich. Unsere Saturation. Sorgt dafür. Dass wir uns schneller wieder hochheilen können. Und das war im Endeffekt der Grund. Warum ich die Dinger gemacht habe. Denn normales Essen gibt nicht so viel Saturation. Mit dem bekomme ich relativ schnell. Viel Saturation. Und kann mich schnell wieder hochheilen. Äh. Und das ist Vanilla System. Wie gesagt. Äh. Früher war es so. Man brauchte Regen Potion. Man musste sich irgendwie anders hochheilen. Ähm. Da es aber jetzt komplett mit dem Essen verbunden ist. Habe ich mir gesagt. Okay. Dann machst du es einfach so. Dass du das so isst. Und dich damit dann schön hochballern. Und wie gesagt. Ich nutze es erstmal nur für Blood Magic. Solange wir jetzt hier. Äh. Das Blut noch manuell abzapfen müssen. Denn. Ja. Andernfalls. Ja. Ich weiß nicht. Ich könnte dann alles mögliche essen. Aber ich brauche dann so viel. Ich brauche auf der einen Seite verschiedenes Essen. Auf der anderen Seite brauche ich Unmengen an Essen. Weil mein Hunger geht ja schneller runter. Wenn ich praktisch das hier mache. Weil es ja jetzt alles zusammenhängt. Was früher halt nicht der Fall war. Früher konntest du mit vollem Hunger da Ewigkeiten rumstehen. Das ist nicht mehr der Fall. Ähm. Und aus diesem Grund ist es im Endeffekt. Für mich habe ich dann beschlossen. Okay. Das. Sehe ich als semi-legal an. Ich nutze es jetzt für den Anfang von Blood Magic. Einfach nur. Weil es geht. Und weiß auch wahrscheinlich. Selbst ohne Spice of Life. Und was weiß ich nicht alles. Würde ich das wahrscheinlich dann machen. Jedenfalls für Blood Magic. Ohne Spice of Life kannst du ja. Dich theoretisch nur von Weizen ernähren. Oder nur von Karotten. Äh. Weil du kannst das Zeug ja unendlich fressen. Und dann würde ich niemals eine Canning Machine machen. Niemals. Weil dann kannst du ja theoretisch auch bei Blood Magic das machen. Es ist halt wirklich diese Saturation. Hauptsächlich. So. Und wir haben ein Dagger of Sacrifice. Yay. Und damit könnten wir jetzt. Wenn wir jetzt hier einen nichtsahnenden Mob haben. Ein Hühnchen oder was weiß ich. Wenn wir es töten. Und es steht dabei hier auf diesem Altar. Oder in der Nähe. Ich glaube hier sind drei Block Radius zählt auch noch. Dann bekommen wir das Blut von diesem Tier. Also es wird instant getötet. Das kommt dazu. Es stirbt instant. Und wir kriegen das Blut davon. Eine Idee war folgende. Ähm. Ich habe nämlich schon mal was eingefangen. Und ich habe mir überlegt. Wir könnten uns ja. Einen Spawner machen. Einen Spawner von diesen. Von Enderman. Wir spawnen einen Enderman. Dafür haben wir allerdings leider noch ein bisschen zu wenig Strom. Oh. Von Anfang muss ich mal gucken. Das Problem ist nämlich die Ritual Stone. Okay machen wir das mal anders. Enderman. Droppen dann hier drauf. Sind mit einem Schlag tot. Wir sammeln Enderperlen. Wir sammeln. Ähm. Oh anderes Zeug. Ich komme gar nicht auf den Lärm. Ähm. War es Nebulus? Ich glaube es war Nebulus. Ja. Nebulus Hard Sammler. Den ist noch ein Vorteil. Und zwar können wir alles mögliche noch von der Liquory machen. Was relativ toll ist. Aber egal. Dazu kommen wir später irgendwann. Ähm. Ähm. Ja. So. Ähm. Worauf wollte ich hinaus? Ähm. Enderman Spawner. Blablabla. Äh. Cursed Earth werden wir noch machen. Problem ist allerdings. Ich möchte gerne ja ein Ritual haben. Ähm. Wir haben beispielsweise bei uns jetzt auch in der Config ausgestellt. Dass von Endersu. Diese kleinen Enderman. Die. Äh. Creeper angreifen. Weil normalerweise greifen die ja die Creeper an. Problem ist. Die Creeper gehen hoch. Und erstens haben wir eine Kraterlandschaft überall. Deswegen haben wir das ausgeschalten. Und zweitens ist es auch gar nicht so schlecht. Wenn du Cursed Earth dann hast. Und dann die ganzen Mobs spawnen. Dass sie sich nicht gegenseitig angreifen. Sondern einfach nur von unserem Ritual dann. Schön zermalmt werden. Denn wir werden uns wieder ein schönes Ritual machen. Und zwar ein. Äh. Drill of the Death gibt es ja leider nicht. Aber. Müssen wir mal gucken was es dann. Noch alles so gibt. So. Und dafür brauchen wir nämlich im Endeffekt komplett Tier 3. Wie wir hier sehen. Ist alles Tier 3. Was wir damit machen können. Und deswegen. Damit kommen wir jetzt an den Ritual Diviner. Ähm. Allerdings Master Ritual Stone braucht. Hier steht es nochmal Tier 3 Orb. Und das heißt wir brauchen 25.000 Life Points. Und das ist im Endeffekt unser ganzes Problem. Wie kommen wir da ran? Ähm. Wir könnten. Wie gesagt. Auf der einen Seite unser Altar Speicherplatz erhöhen. Das war meine erste Idee. Bin ich mir aber noch unsicher. Das könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben. Weil das machen wir heute definitiv nicht mehr. Wir kommen nicht zu dem Orb. Das steht fest. Wir können noch ein paar Dinge vorbereiten. Wir können noch mal die Rituale durchgucken. Aber wir werden wahrscheinlich nicht dazu kommen. Diesen Orb zu machen. Bei 25.000 brauchen wir ein bisschen was an Vorbereitung. Ähm. Das werdet ihr dann sehen. Ich denke nächste Folge wird das dann soweit sein. Gut. Jedenfalls. Frage ist. Machen wir uns Rune of Capacity. Und sorgen dafür dass wir den Altar hochkriegen. Oder aber spawnen wir Mobs oben drüber. Per Cursed Earth. Also hier oben. Treiben die in die Mitte. Lassen die runter droppen. Ähm. Und killen die dann mit dem Deck of Sacrifice. Ich weiß noch nicht genau was wir machen. Also mit dem Tin Can Trick. Komme ich auf jeden Fall relativ schnell an Live Points. Äh. Von daher. Jetzt schon 6000. Wahrscheinlich ist es wirklich das Beste. Ich mache die Capacity Room. Aber da könnt ihr immer sagen. Brauche halt extrem viel Zeug. An Live Points. Muss ich mal schauen. Ja. Nun ja. So. Das ist die eine Sache. Äh. Und wir setzen uns jetzt erstmal dran. Und machen diese Dinger. Also machen den Ritual Diviner. Würde ich sagen. So. Was kostet nochmal normale Ritual Stone? Reinforced Slates. Ah. Ich krieg vier raus. Okay. Müssen wir nochmal gucken. Es steht ja immer dabei wie viele die sind. Und ich hoffe ich krieg mit dem normalen Ritual Diviner auch das. Ähm. Wie ist das Ding? Well of Sacrifice? Ne. Egal. Well of Suffering. Well of Suffering war es. Äh. Flup. So. Dann gucken wir mal. Also wir brauchen. Ähm. Was brauchen wir? Wir brauchen Fire, Air, Water, Earth. Okay. Also Water brauchen wir einen Lapisblock. Ähm. Fire brauchen wir Magma Cream. Die können wir mal ganz schnell machen. Äh. Earth brauchen wir Obsidian. Und für das letzte Air brauchen wir eine Garstier. Und da geht der Spaß wieder los. Ich habe im Neta bereits gefühlt 10 Garsts getötet. Oder wenn nicht sogar noch mehr. Keiner hat bisher eine Garstier fallen lassen. Ich verstehe es nicht. Was mache ich falsch? So. Wie viel braucht es nochmal? 1000. Äh. Geht das ja relativ schnell. Machen wir nochmal die paar Elemente. Und dann. Geben meinen Neta und. Äh. Sorgen wir mal dafür, dass wir die. Ähm. Die Garstier. Bekommen. Aber wenn wir ein Tier. Ah nein. Das war doof. Ich dachte das war fertig. Ja. So. Okay. Fire haben wir auch. Und dann nochmal Obsidian dazu. So. Mal kurz nachladen. Ach ja. Und genau dafür ist es halt schön. So. Und das hat halt wie gesagt nichts mit Spice of Life zu tun. Nur mit Spice of Life wäre es extrem hart gewesen jetzt Blood Magic zu machen. Dann wäre ich nicht. Dann hätte ich heute einen ganzen Tag damit zugebracht. Und dann hätten wir nicht so viele Slates gehabt. Gott. Ich kriege so viele Ender-Lilysees mittlerweile. Ich habe jetzt schon zwei über. Wir werden Ender-Milch. Ich habe auch eine Idee, wie wir es automatisieren werden. Die Ender-Lily. Äh. Ups. Alles dreht sich dabei um diesen Block. Aber. Dazu später mehr. Uhuhu. Also nicht diese Folge. Irgendwann später. Nicht, dass einer jetzt dran bleibt deswegen. Weil er denkt, dass es. So. Okay. Dann gehen wir mal nochmal kurz in den Ender. Auch wenn ich keine Lust habe. Ich lege nochmal ein bisschen was ab. Was geht. So. Das kommt eigentlich mal alles hier rein. Was wir nicht brauchen. Timken kann ich auch mal hier reinpacken. Ich nehme jetzt aber mal die Timken mit. Einfach nur, weil ich eigentlich nur schnell in den Ender möchte. Und nicht unbedingt viel machen. So. Nehmen wir das mit. Das kann weg. Das kann weg. Den kann ich nicht reinpacken. Ich verstehe es immer noch nicht. Okay. Vielleicht war es ein... Vielleicht implementiert es ein Interface, was... Naja. Ist egal. Ist egal. Es geht zu sehr im Detail. Na dann. Auf. Auf und davon. So. Jetzt geht natürlich der Spaß los. Wo ist ein Ghast? Wenn ich jetzt nicht sofort einen finde. Machen wir kurz einen Cut. Bis ich einen finde. Ich hätte mir einen JPEG von den Industrial Craft machen sollen. Huch. What the fuck? Irgendwas ist heute mit dem Server ein bisschen los. Er ist heute uns auch schon ein paar Mal wieder abgeschmiert. Weil einen Tick zu lange gebraucht hat. Und das ist komisch. Naja. So. Aus. Ich finde es schön, dass man Blaze ausschlagen kann. Wenn sie gerade schön aufheizen. Dann schlägst du einfach einmal zu. Erstmal wieder aus. So. Ja. Ne. Da gehe ich nicht lang. Ich habe zu sehr Angst, dass ich da runterfalle. So. Habe gerade mal ein bisschen auf die Map. Aber ich sehe keinen Ghast. Ne. Das ist kein Ghast. Das ist. Die Zombie Pigmen. Hier werde ich wahrscheinlich nichts finden. Okay. Ähm. Ja. Jetzt hat es hier wieder verlohnt. Ich bin gerade am überlegen. Ich könnte noch die Widder Skelette angreifen. Dann können wir noch ein bisschen mehr. Äh. Auf der einen Seite Schädel sammeln. Auf der anderen Seite. Ist das da hinten? Äh. Auf der anderen Seite kriegen wir aber gleich. Ich werde hier dauernd zurückgesetzt. Äh. Kriegen wir vielleicht noch so ein Dingens hier. So ein. So ein. So ein. So ein. Evil. Drop of Evil. Wie auch immer das Ding hieß. Oha. Oh jetzt schnell. Ausschlagen ist schön. Hi. Hast du mich gesehen? Wunderbar. Guck mal her. So. Okay. Ein Kopf. Besser als nichts. Kommst du? Das ging daneben. Das ging daneben. Dann nicht mal was droppen. So sind wir alle. Hallo. Ach. Ich wurde wieder zurück. Oh Gott. Tschüss. Dann sollen wir das Skelett. Da tun wir uns nochmal schnell. Hi. Komm her. Puff. 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 Siehs mich nie. Oh. Da ist noch eine. Ne. Es ist noch kein Gasky-Sponge. Hm. Spissel doof. Ich hätte mir wirklich glaube ich einen Jetpack machen sollen. Okay. Das ist ein Place. Ach hier. Den habe ich gesucht. Hast du mich gesehen? Ja. Nicht legen. Nicht legen. Nicht legen. Ach man. Das ist ja scheiß ey. Entschuldigung. Ah das ist halt wirklich doof. In so einem Moment es leckt. Withered Rip. Okay. So was kriegt man. Toll. Oh hi. So. Ist hier noch was drin? Alles schon geludelt. Weißt du was du mir total auf die Nerven gehst hier? Die lassen alle nichts fallen. Ich habe eine Blaze Rod bekommen von den ganzen Blaze. Oh ich bin Was. Wo? Wo, 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 wo? Ähm. Das ist über mir. Ah, dahin, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da ist er. Okay. Gut, wir haben den Ghast. Jetzt müssen wir erstens hinkommen. Zweitens nicht sterben. Mensch, einmal ganz kurz durchbuddeln. Ich höre schon wieder eine Blaze. Ich bin derbe. Okay. Planänderung. Wir bauen uns hoch. Tschüss, Blaze. Wo ist der Gas? Tschüss, Blaze. Da. Hey, du. Ich bin hier. Tschüss. Nicht du. Das Vieh. Blaze, geh weg. Sieht ihr mich nicht? Jetzt. Okay, das war nix. Das war auch nix. Ja, ja, ja. Jetzt kommen hier zwei so Blazes an. So. Hula. Ah, komm. Und leck das wieder. Ja. Ja. Da. So. So. es nervt es nervt es nervt einfach nur ich will doch einfach nur eine gast hier 0 bis 1 ja merke ich die wahrscheinlichkeit tötest tausende von ghasts na gut 1000 waren es nicht so als der elfte ghast glaube ich bisher wahrscheinlich haben sie immer was gedroppt aber es fällt immer wieder ins feuer ich weiß nicht was für ein glück man haben muss war mir viel zu viele plays ist das normal kommt das von vanille eigentlich oder ist es von quark wahrscheinlich alles quark habe ich das fischer wieder gesehen da hinten natürlich hat sie mich gesehen oder ich weiß es nicht ich weiß nicht ob ich einen ghast haben möchte es droppt hier im meter nichts warum es nervt oh hier hat noch was gedroppt von woher habe ich stimmt einen blaze hatte ich ja hier getötet einer hat ich hier getötet ich habe wieder eine sie sind ja lästiger als mitten so immer noch kein gast am füllen moment wo auch noch eine blaze ich krieg noch ein kein schock und ich werde da und zurück gesetzt wunderbar an meiner verbindung liegt es nicht ich habe extra nebenbei schon die ganze zeit immer wieder offen ich habe noch ein widerskelett ja du kommst mir gerade recht du tipp da hin ja hi was willst du hier wir kommen von der seite hier halbwegs runter das jetzt noch so halb machen so guck mal mit nur ein bisserl damage kommen wir auch runter dann fahre ich jetzt noch die widerskelette ab weil ich habe ja sonst nichts zu tun wahrscheinlich leckt jetzt wieder hat mich ja ich sag's doch hat mich gesehen ja oh ok jetzt haben wir insgesamt schon eigentlich drei köpfe zusammen Hi hat mich gesehen ja ok wir haben nochmal drei köpfe also nicht nochmal drei köpfe wir haben jetzt hier schon drei köpfe yay aber noch kein Dämonik äh Will oder ne wie heißt das Ding Drop of Evil so ich werde mal zusehen dass wir bis zum nächsten mal wenigstens eine Garst hier bekommen oh ich höre ein Garst wo gerade was gehört hier nirgendwo ich höre ein Garst natürlich mitten auf dem See aber da hinten ist auch noch einer wo denn wo denn ich höre ihn sehen die mich beachte mich beachte mich beachte mich ich bin hier blaze geh weg ich bin hier ich bin hier ich bin hier nein 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 komm zurück schieß doch mal auf mich mach irgendwas beachte mich einfach mal ja ah ja ah ah wieder keine ich ich ernsthaft ah oh oh wir haben die Kasse ah weg tschau auf Wiedersehen tschüss war schön hier wir sehen uns niemals wieder adios ja ja ach und ich werde zurücksetzt ah ok das war's wert gut dass ich die Folge nicht beendet habe so dann enden wir die Folge nämlich damit wir haben die Gast hier ich mache jetzt noch das letzte Elemental Ding da und dann können wir das das werde ich bis zur nächsten Folgeker wahrscheinlich noch ein paar Slates vorbereiten und dann können wir hoffentlich einen tier 3 Orb machen was uns dann höchstwahrscheinlich ermöglicht ein Master Ritual Stone und mit Hilfe dessen, dass wir uns dann ein Ritual machen, um uns Bloodmagic komplett zu automatisieren. Also es blut. Und dann auch so ein Netzwerk Lava herstellen für Thermalily und andere Gerätschaften. Und ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag. Und ja, danke fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt. Nochmal danke fürs Zuschauen. Und jetzt wirklich tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann halt nicht. Tschüss und noch einen schönen Tag. Tschüss. Ich muss mir angewöhnen in Zukunft immer die Hand auf der Tastatur zu haben, immer so auf dem Aufnahmestopp-Knopf, sonst ist das immer so eine ungewollte Pause. Okay, jetzt wirklich tschau. Ich komme hier nie zum Schluss. Tschau.